Heute gebe ich dir 10 Tipps, wie du Automation in Logic Pro perfekt meistern kannst. Also bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Automation ist hauptsächlich dafür da, um Dynamik in deinen Mix zu bringen. Zumindest ist das das, wofür ich es am meisten benutze. Das heißt, du kannst zum Beispiel Elemente im Stereofeld über Panning hin und her fahren lassen, automatisiert. Du kannst Elemente an bestimmten Songs stellen oder den kompletten Mix lauter und leiser machen. Oder du kannst Effektautomation machen, das heißt, du machst Filterfahrten mit dem EQ und so weiter. Ich gebe dir jetzt 10 Tipps, die ich zusammengestellt habe aus Fragen, die ich von euch am meisten zu diesem Thema bekommen habe. Und wir fangen gleich an mit Tipp Nummer 1. Und das ist das Einzeichnen von Automationsdaten mit dem Marquee-Tool. Wir können mal kurz in das Beispiel hier reinhören. Okay und so weiter. Konzentrieren wir uns zunächst mal auf diesen Shaker hier unten. Der wirkt so ein bisschen statisch, es ist ein Loop, es passiert nicht so viel und ich möchte ein bisschen mehr Bewegung reinbringen, indem ich ihn mal lauter und mal leiser mache. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 1 und das ist das Einzeichnen der Automationsdaten mit dem Marquee-Tool. Wenn du jetzt hier Automationspunkte einzeichnen möchtest, dann musst du zunächst mal aussuchen, für was du die Automation einzeichnen möchtest. In diesem Fall ist Volume schon eingestellt. Ich stelle nachher auch noch andere Parameter ein. Und wenn ich jetzt hier draufklicke und mal angenommen, ich möchte jetzt hier bei Takt 3 und Takt 4, möchte ich, dass der Shaker lauter ist, dann muss ich ja rein theoretisch hier vier Punkte einzeichnen. Hier gehen wir zu Takt 4 und dann kann ich hier diesen Takt 4 hochziehen. Das ist aber relativ stressig, weil brauche ich vier Automationspunkte für eine Automation. Und viel einfacher geht das jetzt über das Marquee-Tool. Ich habe mir das, du siehst das hier, als Command-Klick-Werkzeug angezeichnet oder angelegt, damit ich hier nicht groß umstellen muss immer. Und jetzt siehst du schon, wenn ich hier meine Command-Taste drücke, dann habe ich hier mein Marquee-Tool. So, und jetzt kann ich für diesen Takt hier einfach einzeichnen und hier unten zeigt er mir dann auch, wo ich bin. Und wenn ich jetzt loslasse und zum Beispiel hier die Automation hochziehe, dann wird er hier lauter. Wir können ihn hier leiser ziehen auf Takt 4 bis Takt 5. Unten zeigt er mir wieder an, wo ich bin. Ich ziehe ihn mal hier einfach leiser. Lassen wir ihn hier wieder so, ziehen ihn wieder hoch, auch wieder mit dem Marquee-Tool. Ich schaue wieder hier, dass ich richtig auf Takt 7 komme und so weiter. So kannst du also mit dem Marquee-Tool wesentlich schneller als manuell die Punkte einzuzeichnen, deine Automation hier festlegen. Wir können auch nochmal eine andere Automation machen und zwar zum Beispiel das Panning. Das heißt, ich möchte nicht nur, dass er laut und leiser wird, der Shaker, sondern ich möchte auch, dass er sich im Stereo-Feld nach links und nach rechts hin und her bewegt. Du siehst hier schon, ich habe mir hier über Main Pan ausgesucht, das Panning ausgesucht, damit sie absolut und relativ. Was das bedeutet, zeige ich dir gleich noch. Also, ich nehme jetzt hier mal in dem Fall relativ und habe jetzt hier das Panning. Und auch das Panning kann ich jetzt hier wieder einzeichnen. Und nehmen wir mal an, ich möchte das nicht hier, sondern ich möchte das hier hinten. Und jetzt zeichne ich hier meine Panning-Automation einfach ein. Ich kann das hier auch wieder taktweise machen oder hier einfach über die Punkt-Taste vorspringen immer taktweise und kann mir hier Automationspunkte jetzt einzeichnen. Ich möchte also, dass er sich im Stereo-Feld hin und her bewegt. Und lassen wir es gerade mal so. Und dann zeichne ich hier in der Mitte jeweils, das muss jetzt nicht so genau sein, hier nochmal eine Automation ein. Ich mache mal die wieder weg. Das geht per Doppelklick ganz einfach. Und jetzt kann ich hier meine Automation hin und her ziehen. Und dann machen wir erstmal immer, dass er nach links geht. Das sieht dann so aus. Oder hier noch ein Punkt. Und somit kann ich mir die Automation hier manuell einzeichnen. Und damit komme ich zum nächsten Tipp und das ist die Automation genau einzuzeichnen. Ich schalte mal ganz kurz zurück. Ja, hier kannst du hin und her schalten zwischen deinen verschiedenen Automationsdaten. Es kann natürlich problematisch sein, wenn du hier einzeichnest und jetzt recht genaue Kurven zeichnen möchtest oder recht genaue Werte eingeben möchtest. Und das siehst du schon hier, wenn ich hier anpacke, ist es ein bisschen schwierig, das hier zu verschieben. Und wenn ich hier zum Beispiel genau auf 4 kommen möchte, kann das so ein bisschen eine Kugel vor sein. Und deswegen zum nächsten Tipp und das ist die Automation genauer einzuzeichnen. Das kannst du machen, indem du die Control-Halte gedrückt hältst. Also erst auf den Automationspunkt klicken, dann die Control-Taste drücken. Und jetzt siehst du, dass sich hier die Maus verändert. Das ist kein Pfeil mehr, sondern nur so ein Strichchen. Und jetzt kann ich hier, wenn ich die Maus auch schnell bewege, dann bewegt sich der Automationspunkt langsamer. Und so kann ich jetzt viel genauer hier zum Beispiel auf 5 kommen oder auf minus 4 dB. So kann ich genauer einzeichnen. Wenn ich sie wieder loslasse, dann geht die Sache wieder schneller vonstatten. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp. Und das sind das Automationskurvenwerkzeug. Das habe ich mir hier oben als Rechtsklick-Werkzeug angelegt. Jetzt im Moment fährt der Shaker hier nach links im Stereo-Panorama immer und dann wieder zurück. Und das macht er sehr gleichmäßig. Wenn ich möchte, dass er zum Beispiel sehr langsam und dann sehr, sehr schnell zum Ende hin nach links fährt, dann kommt das Automationswerkzeug ins Spiel. Der nächste Tipp, das Automationskurvenwerkzeug. Entschuldigung. Das heißt, ich kann diese Kurven hier verformen. Und das habe ich mir hier als Rechtsklick-Werkzeug angelegt. Und wenn ich jetzt hier rechts anklicke, dann kann ich diese Kurve verziehen. Nach links und nach rechts bekomme ich eine S-Kurve. Und nach oben und nach unten verformt sich die Kurve so. Ich kann das jetzt nicht nur für einen Wert machen, sondern ich kann es natürlich auch für mehrere Werte machen. Und jetzt siehst du schon, hier kann ich dann auch lustige Zeichnungen malen. Und kann die Automation praktisch genauer einstellen oder so einstellen, wie ich sie möchte. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp und das ist die absolute und die relative Automation. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Also bei der absoluten und relativen Automation geht es im Prinzip darum, dass du zwei unterschiedliche Automationskurven des gleichen Parameters einzeichnen kannst. Ich habe jetzt hier bei dem Shaker schon eingezeichnet, dass er immer ein paar dB lauter und ein paar dB leiser wird. Was aber, wenn ich jetzt möchte, dass diese Automation oder diese komplette Automation oder der Shaker insgesamt eingefadet wird, obwohl dieses lauter, leiser erhalten bleiben soll. Und damit kommen wir jetzt zur absoluten und relativen Automation. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich das hier als absolute Automation eingezeichnet. Und jetzt kann ich es als relative Automation, kann ich jetzt hier noch einen zweiten Wert einzeichnen. Und du siehst, die Punkte hier verschwinden und ich kann jetzt eine neue Automation, eine neue Volume-Automation einzeichnen, obwohl ich schon eine Volume-Automation eingezeichnet habe. Das können wir mal probieren. Ich mache das jetzt hier lauter. Wir sind bei, was war das, minus 5,7 oder wie auch immer. So, der Shaker geht jetzt in der Lautstärke in sich hin und her und gleichzeitig wird er auch noch eingefadet. Das heißt, zwei Automationswerte des gleichen Parameters für ein Instrument. Okay, und damit kommen wir zum nächsten Tipp, der auch immer wieder für viel Verwirrung sorgt. Und das ist das Kopieren von Automationsdaten. Ja, ich gehe hier nochmal rein. Wir waren hier bei der relativen Automation. Und nehmen wir mal an, ich möchte jetzt diese Automation in eine Spur darunter kopieren. Wenn ich hier den, ich habe jetzt hier einfach genau den gleichen Shaker nochmal. Und jetzt kann man das im Prinzip so machen, wie die kleinen Schlingel die Werbeanzeigen vor den YouTube-Videos schalten, die ich mir angucken möchte und mir immer versprechen, dass ich innerhalb von vier Wochen achtstellige Umsätze mache, nämlich per Copy and Paste. Das heißt, ich markiere jetzt einfach die Automationsdaten hier, wähle Command-C beim Mac und dann Command-V. Und jetzt hat er zwar die Automation kopiert, allerdings an die falsche Stelle. Du siehst hier, diese Automationsbewegungen sind gleich wie die oben, aber die Stelle stimmt nicht, weil ich hätte es gerne genau über der gleichen Stelle gehabt. Und das kannst du ganz einfach lösen. Das Problem ist nämlich, beziehungsweise was wichtig ist, ist, dass der Cursor am ersten Automationspunkt sein muss. Wenn ich jetzt hier nochmal das alles markiere, gehe auf Command-C, Command-V, dann siehst du, dass die beiden Automationen hier direkt untereinander sind. Und das passt so. Das heißt, die sind zeitgleich korrekt eingezeichnet. Du kannst natürlich auch Automation verschieben oder kopieren innerhalb der Spur. Zum Beispiel, wenn du die Option-Taste gedrückt hältst, wie du das bei Logic schon kennst. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du sie einfach an einen bestimmten, an eine andere Stelle verschieben. Auch das ist möglich. Weiter geht's mit Tipp 6. Und das ist die Automationsansicht mehrerer Parameter. Du siehst jetzt hier, ich habe jetzt hier immer hin und her geschalten, zwischen Panning und dann auch Volume. Und das kann so ein bisschen nervig sein, wenn ich hier immer hin und her schalten muss, wenn ich hier gleichzeitig an verschiedenen Parametern arbeiten will. Und da kommt die Automationsansicht für mehrere Parameter ins Spiel. Die kannst du ganz einfach hier aufklappen über diesen kleinen Pfeil hier. Und ich den jetzt aufklappe, dann sehe ich zum einen mal meine Volume-Automation und zum anderen sehe ich meine Panning-Automation. Die ist hier anders jetzt als oben, weil es wahrscheinlich zwischen absolut und relativ verändert ist. Moment, muss ich hier nochmal reingehen. So, jetzt sehe ich die Automation, die ich hier oben eingezeichnet habe. Und jetzt könnte ich hier an zwei verschiedenen Parametern, an zwei verschiedenen Automationsparametern gleichzeitig arbeiten, ohne ständig hier hin und her stellen zu müssen. Und damit kommen wir ja zum nächsten Punkt und zum nächsten Tipp und das ist Automationsdaten löschen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine frisch eingezeichnete Automation kannst du natürlich ganz einfach über Command-Z wieder löschen. Wenn ich jetzt hier Punkte einzeichne, drücke Command-Z, dann kann ich die löschen. Aber nehmen wir mal an, du bist jetzt mit dem Ganzen hier nicht einverstanden und möchtest das schneller machen. Du möchtest alle Automationsdaten dieser Spur löschen. Dann machst du das hier oben über Mix. Jetzt siehst du hier Automationsdaten löschen und da hast du verschiedene Möglichkeiten. Dann kannst du sichtbare Automationsdaten der ausgewählten Spur löschen und du kannst auch die gesamte Spur Automationsdaten löschen. Ich lösche jetzt mal die sichtbaren Automationsdaten und damit sind alle weg bis auf den Fade-In hier, weil der nicht hier eingeschaltet war. Da sind wir wieder bei der absoluten und relativen Automation. Das heißt, den hat er jetzt nicht gelöscht. Und in dem Fall, wenn ich jetzt wirklich alles löschen will, dann kann ich die gesamte Spur Automation löschen. Und somit siehst du auch, alle meine Automationseinzeichnungen sind weg. Kommen wir zu Tipp Nummer 8 und das ist die Automation von Gruppen. Es kann sehr nützlich sein, gerade beim Mischen, zum Beispiel bei Drums oder so, wenn du Gruppenspuren hast oder dir einen Bus angelegt hast dafür, dass du möchtest, dass alle Automationsdaten, die du einzeichnest, für mehrere Spuren gelten. Ich möchte das jetzt hier zum Beispiel für diese beiden Pads machen, das Moving Pad und das Main Pad. Und dazu muss ich in den Mixer gehen. Ich habe jetzt hier diese beiden Pads und diese beiden Pad-Spuren, die markiere ich einfach. Und dann siehst du hier Gruppe. Wenn ich jetzt hier auf Gruppe gehe, dann kann ich eine neue Gruppe anlegen. Und jetzt siehst du schon, die hat ja jetzt Gruppe 2 benannt. Sehr lustig ist auch, dass hier zwei Mitglieder steht. Und was jetzt immer, es kommt jetzt natürlich darauf an, was du machen möchtest. Ganz geschickt ist zum Beispiel immer Solo, Volume. Man könnte auch das Panning zum Beispiel noch machen. Und jetzt sind diese beiden Gruppen gruppiert, äh, diese beiden Spuren gruppiert. Und jetzt kann ich hier, wenn ich jetzt hier Automationen einzeichne, in dem Fall Volume, und du siehst, ich nehme jetzt diese Spur, selbst auch wenn sie nicht beide markiert sind, und zeichne hier einen Automationswert ein, dann wird der automatisch auch in der unteren Spur eingezeichnet. Und das ist natürlich cool, weil so kann ich sehr, sehr schnell Automationsdaten für zwei Spuren gleichzeitig einzeichnen. Für den Fall, dass du jetzt kurzfristig eine andere Automation in der oberen Spur machen möchtest, löst du einfach die Gruppenkupplung auf. So nennt man das. Das machst du über Shift-G, ja. Wenn ich jetzt Shift-G drücke, dann habe ich die Gruppenkupplung aufgelöst. Du hast gesehen, das Haken ist hier weg. Und jetzt könnte ich hier eine Automation einzeichnen, die hier unten nicht erscheint. Wenn ich die Gruppenkupplung wieder aktivieren möchte, wieder über Shift-G, und dann kann ich wieder ganz normal weitermachen und er zeichnet mir alle Automationswerte für beide Spuren ein. Tipp Nummer 9. MIDI Draw. Ich weiß nicht, ob es seit Logic 10.6 noch MIDI Draw heißt, aber bei MIDI gibt es noch eine Besonderheit. Und das ist, dass du die MIDI-Daten oder die Automation für MIDI-Spuren direkt im Piano-Roll-Editor bearbeiten kannst. Es kann nützlich sein, zum Beispiel, wenn du jetzt hier mit dem Piano-Roll-Editor viel arbeitest, so wie ich. Und möchtest jetzt hier die MIDI-Daten drüber sehen, damit du genauer siehst, welche Automation du wo einzeichnest, ja. MIDI Draw öffnest du hier, oder die Automationsansicht, direkt im Piano-Roll-Editor. Für das Arrangement-Fenster ist es übrigens hier oben. Also ich klicke das jetzt, darauf halbiert sich das Fenster. Und jetzt kann ich genau sehen, wo ich was mache. Ich habe jetzt hier in dem Fall mein Send Reverb, mein Send für das Reverb als Automation ausgewählt. Und jetzt kannst du mit dem Stift-Werkzeug, das ist hier auch wieder mein Command-Klick-Werkzeug, könnte ich hier Automationen direkt im Piano-Roll-Editor einzeichnen. Das kann, wie gesagt, nützlich sein, wenn du direkt im Piano-Roll-Editor arbeiten möchtest und direkt die MIDI-Noten sehen möchtest, unter die du die Automation einzeichnest. Und damit geht es schon weiter zu Tipp Nummer 10. Und das ist die Live-Automation. Bis jetzt habe ich nur Automationen eingezeichnet. Also ich bin auf die Automationsansicht gegangen. Das kannst du entweder hier oben machen oder eben über den Tastaturkurs Befehl A. Und ich habe dann die Automation hier dementsprechend eingezeichnet, wie ich es haben wollte. Du kannst das aber natürlich auch live machen. Das heißt, du musst es nicht einzeichnen. Das möchte ich jetzt mal für diese Keys hier machen, die am Schluss dazukommen. Hören wir mal kurz rein. Okay, gut. Ich möchte jetzt hier eine Automation einzeichnen. Mal angenommen, ich möchte jetzt diese Keys hier einfaden, dass die nicht hier so plötzlich am Ende mit dazukommen. Und dazu nutze ich diese verschiedenen Automationsmodi. Es gibt nämlich Touch, Ledge und Ride. Der Unterschied zwischen Touch und Ledge ist, dass wenn du den Touch-Modus wählst, dann kannst du die Automation einzeichnen live, also während die Performance spielt. Und sobald du dann die Automation wieder loslässt, deine Maus oder dein MIDI-Controller wieder loslässt, springt er an den Startpunkt zurück, also da, wo du angefangen hast. Beim Ledge-Mode, den ich mir jetzt hier auswähle, ist es anders. Und zwar kann ich jetzt hier eine Automation einzeichnen und sobald ich meine Maus oder MIDI-Controller wieder loslasse, bleibt er an diesem Punkt stehen. Und das möchte ich ja, wenn ich jetzt hier so ein Fade-In mache. Also, ich drehe jetzt als erstes nochmal ganz kurz die Keys hier runter. Zack. Und jetzt, während die Aufnahme spielt, möchte ich die Keys einfaden. Und das mache ich einfach hier, indem ich den Volume-Regler hochschiebe. Ich gehe hier auf Ledge. Wir starten vielleicht ein bisschen weiter vorne. Und dann siehst du auch direkt, wie er hier die Automation einzeichnet. Okay? Und du brauchst in diesem Fall auch nicht den Rekord zu drücken, sondern einfach nur Play und er zeichnet es dir direkt ein. Keine Angst, das kannst du nachher wieder löschen, wenn irgendwas nicht klappt und kannst es so oft probieren, wie du möchtest. Also, ich gehe in den Ledge-Mode, lasse die Performance laufen und drehe dann hier den Volume-Regler hoch. Und so kannst du ganz einfach Automationswerte live und direkt einzeichnen. Vielleicht noch ein kleiner Bonus-Tipp zum Schluss. Du siehst jetzt hier bei solchen eingezeichneten Automationswerten, dass es ein relatives Chaos sein kann. Wenn du das jetzt hier bearbeiten möchtest, zum Beispiel irgendwie die Kurve verformen möchtest, ist es natürlich jetzt relativ stressig, das hier aus den kleinen Punkten rauszusuchen. Und deswegen gibt es einen ganz einfachen Trick. Du gehst hier vom vorletzten Punkt und klickst drauf und kannst jetzt die Linie hier gerade runterziehen. Für den Fall, dass ich jetzt zum Beispiel die Kurve hier noch verformen möchte oder doch irgendwie anders einzeichnen möchte. Jetzt würde mich noch interessieren, hast du diese Tipps alle gekannt oder hast du vielleicht noch einen coolen Automationstrick, den ich noch nicht kenne? Dann schreib mir mal bitte unten die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde mich natürlich riesig freuen, wenn du es teilst, mir einen Daumen nach oben gibst oder im besten Fall ein Abonnent wirst, wenn du es nicht schon bist. Ich freue mich aufs nächste Tutorial. Bis dann! Bis dann!